Musik 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 Fall ich eigentlich gerade? Musik 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 Was ist das Schwert? Bäm Aber braucht 20 Stärke Ich würde ihn ja nicht provozieren Musik 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 Das habe ich auch schon gesehen und diese nützlichen Hinweise. Hm, trau ich mich jetzt an dem vorbei? Hm, keine gute Idee. Aber er ist langsam. Ah doch, das geht. Alter, Eisendrachtstolpen. Aber ordentlich Gewicht drauf. Das mache ich erstmal noch nicht. Wo bin ich denn jetzt? Das sagt mir gar nichts. Heimatknochen und Lehmsteinen. Ist das eine Abkürzung? Nee. Ja, das ist gut. Einer kommt. Was ist das? Ja, das ist was. Da gehe ich jetzt aber erstmal noch nicht lang. Lügner voraus und dann tot. Tolle Aussicht voraus. Boah. Manchmal geht er aber auch ganz schön empfindlich. Ich wollte schon sagen. Der hat aber dolle Widerstand dem zurückgegeben, wenn er vorbeilaufen. Gelbes Kraut. Wo kam denn der andere her? Ich hätte angreifen sollen. Ich hatte gehofft, nicht nur vorbeischleichen zu können. Ey, so ein Dreck. Aber da oben lag was. Ich will's haben. Ich weiss. Das war's. Jetzt hab ich hier nochmal dran vorbei, oh Gott. Unterschied nur, jetzt hab ich keine Pfeile, um den da hinten wegzukriegen. Das war's. Ich hab Wurfmesser, das war doch schon mal was. Was ist denn da? Von unten wahrscheinlich. Blöder Sack, ey. Okay. Aber mit den Dingen könnte man glaube ich nicht gut ziehen. Oh, ganz schön gut schaden gemacht, hab ich gar nicht gedacht. Oh, ganz schön. 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 Das ist natürlich mies. Oh, ganz schön. 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 So, hier ist kein Gegner. Ich frage mich echt vor, der eben herkam. Hm, 1110. Boah, ein Schildschlag zieht der übelst Ausdauer ab. Oh, schön. Höhenseitatschild. Puh, Entschuldigung. Das da, in allem schlechter. So, mein Freund, wo kommst du her? Der kann's ja nicht sein, den hatte ich ja. Stimmt über mir oder sowas. Tatsache. So ein Arsch aber auch. Wie mach ich denn das jetzt am besten? Ich hatte gehofft, ihn runterlocken zu können ohne... ... ... ... ... ... ... ... ... Wenn da jetzt ein Bosskampf hinter ist, das überlebe ich schlecht. Ich würd' ja fast eher sagen, zurückgehen. Oder da hinten ran gucken. Aber ich glaub, man konnte auch im Bosskampf noch ein Geimatknochen nutzen. Ha, das ist sogar ganz gut gewesen. Ha, das ist sogar ganz gut gewesen. Scheiße. Ah, da war ein Käfer. Ah, da war ein Käfer. Gerade jetzt am Anfang wäre das doch voll cool gekommen. Mit der Beute. Ich hatte eben gedacht, das ist eigentlich der Gang, wo... ...wo ich am Anfang runtergeklettert hab. Doch, es ist doch auch, oder? Na bitte. Abkratzung. Das ist ein Fahrspiel. Ach, es war so klar, dass da ein Gegner mit drin ist. Das hab ich mir ernsthaft gedacht. Ey, was sei denn das? Ich will doch nicht von da. Hm. Großes Lederschild und Lebensstein. Durchbruch. 88 Bewertung. Hm. Großes Lederschild. Das sieht doch ganz gut aus. Das ist leichter und in allen Sachen besser. Habe ich nicht noch was cooles gerade bekommen? B und E. Ach. Ich erschrecke mich immer wieder durch die Leute. Damit komme ich tatsächlich nach ganz unten. Hm. Okay.